Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Kompetenz. Nummer 4. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Erlernen neuer Vokabeln ist ein wichtiger Bestandteil der Sprachkompetenz. Das Erlernen neuer Vokabeln ist ein wichtiger Bestandteil der Sprachkompetenz. Das Erlernen neuer Vokabeln ist ein wichtiger Bestandteil der Sprachkompetenz. Kompetenz im Zeitmanagement ist für effizientes Arbeiten unerlässlich. Kompetenz im Zeitmanagement ist für effizientes Arbeiten unerlässlich. Kompetenz im Zeitmanagement ist für effizientes Arbeiten unerlässlich. Wichtig im zwischenmenschlichen Bereich ist die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Wichtig im zwischenmenschlichen Bereich ist die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Wichtig im zwischenmenschlichen Bereich ist die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Eltern spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der emotionalen Kompetenz ihrer Kinder. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist eine wichtige Kompetenz im Berufsleben. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist eine wichtige Kompetenz im Berufsleben. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist eine wichtige Kompetenz im Berufsleben. Der Schlüssel zur Kommunikationskompetenz liegt im Verstehen und Zuhören. Der Schlüssel zur Kommunikationskompetenz liegt im Verstehen und Zuhören. Der Schlüssel zur Kommunikationskompetenz liegt im Verstehen und Zuhören. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist ein wiebelg bist du über snipplich hat. Zuhören- Vielen Dank.